mit einer spitzhacke oder ja das ist stein oder so hallo du geiler baum das war ja jetzt sehr gut als ich mir sofort zurückgegangen bin und etwas ich komme ich steige bei welchem baum bist du bei den großen rot baum bei den ganz großen weiß was ich mein ja ja ist klar weißt du groß und groß passt groß ich bin doch groß ja hast 190 also ich muss gerade irgendwie an den film full metal jacket denken ist mal jemand noch in der nähe von ich bräuchte noch ein bisschen leben glaube ich ja ich hänge mit linie an also flint werkzeug ist das alles hier gewesen was man die hand gedrückt hat oder hat genau und ich bin ja gerade den nächsten schritt zu machen aber da fehlen mir noch ein paar kleinigkeiten unter anderem da unten am strand das bin ich hinter mir ein creeper ja wir arbeiten wir haben hier und der geht am strand spazier mal nein da ist keiner ja jetzt ist er vor mir ja dann bist du noch am strand willst du mir kommen nee ich bin auf dem baum so schön ich habe es gravel bricks versehentlich hergestellt dann jetzt dann kann es mal ein haus bauen super ein haus aus gravel ja das funktioniert meinst du da jetzt hier bitte flint raus aus dingens links 4 in das ding aber nicht in dem 2x2 genau irgendwie anders also oben 3 und irgendwann ist noch eins und dann klappt es dann kriegst du einmal gravel aus einmal flimmt ja es ist dunkel eher trivolast nur gut also gemacht nicht aus clay einmal ich bin auch gedacht aber ich werde verfolgt erst mal dein eigenes leben schützen ich habe jetzt noch ein bisschen clay ja kommst du noch aluminium so schwer ist er nicht 80 blöcke nach oben und ich bin noch nicht ganz in der krone angelangt beim baum nicht schlecht mit meinem aluminium in die tour getan ja sehr gut das werde ich nicht dann wenn das mal in welchem wald bist du gut ich bin ja minus 118 639 hörst du das was sind die grillen also ich bin davon nach dem osten gegangen nach dem osten ja nach dem osten der war flach das wird sich an der fahrer sollen die frauen schöner sein nachher geschmack so eine ahnung sagt man nur so das brauche ich gleich ich war glaube ich auch noch etwas produktiv also wenn ich so viel holz hacken würde hätte ich Arme wie Popeye die so wo willst du denn Clay haben hier in die Hand und ich brauche einen Bagger hier in die Kiste große Kiste gut du kriegst gleich ein Bucket also ich habe die drei Buckets voll also ich komme hier ich fahre gleich wieder nach Hause endlich ein Schwert ja er braucht es bloß noch für was anderes glaube ich ist doch falls du hoch willst kannst du die Treppe nutzen ok hab's gesehen das ist echt Wahnsinn was mit dem Motor an Essen drauf geht wie geil ist das denn über die Wolken Ai 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 so wo bist denn du über den Wolken ja hast du schon mal gesagt ja weißt doch Sigurin Panda Sigurin nicht viel reden oder so so als wenn du über den Wolken wolltest du den Eimer du wolltest den Eimer Alter ich brauche einen ich brauche einen ich brauche einen ich brauche mich gerade ich brauche mich doch an der ich brauche mich doch an der ich brauche mich doch an der du kannst dich ein wenig auf den Ofen setzen vielleicht ist dann mein das zieht Briggs schneller fertig nein was geht das der braucht wieder ich glaube wohl kaum nein nicht merklich ja eben kein warmer Bruder tut mir leid ja ok was brauchst du denn jetzt noch weiterhin wie gehabt oder ähm du kannst mal ein bisschen bremsen weil du solltest dir noch ein bisschen was zum abbauen und sparen für die Kupferechse die ich hoffentlich gleich machen kann ich warte nur noch auf die letzten Materialien und die lassen sie auf sich warten nein ok voll to go was zum geier ist ein Oil Sands Oil Sands kommt aus Traincraft und daraus kann man Öl gewinnen ja und daraus kann man glaube ich auch Petroleum dann machen genau das ist dann der Treibstoff für die Lock ja nicht nur für die Lock das kannst du auch für alles andere dann verwenden brauchen wir noch etwas anderes ich meine jetzt wegen Traincraft 3 speziell ja frage an alle brauchen wir noch Cola äh ja bring mit ja gut bin aber alles alles was du geben kannst was ist mit mir was hast du denn da für ein Werkzeug putze bei mir wird es auch demnächst wenn ich jemanden löffern ja hier matta das ist ein zwitter Ding zwischen Spaten Axt und äh noch wat iLevel Clumsy ja das kannst du auch bauen gell iLevel Clumsy ist ja geil ja da müssen wir das aufwerten genau wie weit willst du haben ich kann ja hier ein bisschen zur Hand gehen bis hier oder ähm ich glaub das reicht schon auch neun mal neun ähm ich hab jetzt noch mal äh so fast drei Stacks Holz zusammen das reicht danke das ist super das ist super hab mir nur einen Gang nach oben gebuddelt ne also der Baum also der Baum ach ich hab ich hab ich hab ich hab einfach nur einen Treckengang von innen nach oben gebaut hey Leute ich hab rubber trees gefunden endlich also man könnte das das man könnte das bäumchen umwandeln wir haben da was in der Hütte stehen komm her welche Hütte nein nein die die Cabrio Hütte da in der wir grad wohnen hier kommt er mit dem Schwert ja dann schaffe ich und ich bin tot so äh jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Lava brauchen wir noch brauchen wir noch lässt ihn noch lässt noch auf sich warten ja ja noch ein bisschen Kohle einmal ähm nehm wir mal ein bisschen Kohle und geh mal ein bisschen rein an äh warte mal noch einen kleinen Moment ich möchte eigentlich nur noch kurz auf die Lava warten weil dann kann man wenigstens das richtige Werkzeug machen dass sie ja dann zukünftig auch leveln müsst so dämlich wie das klingt aber es ist so ja ne ist dann lohnt es sich so wenigstens auch ja denn ich mein man kann ja hier auch mal ein bisschen gucken ob man hier so ein bisschen Lava hat haben wir hier noch irgendwo so ein Potten Alimpa 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 was für ein Pot ist soll man da nehmen was für ein Pot ist das hier irgendwo haben wir da noch was oder wir haben da noch eine Flasche da ne wir haben leider nicht so richtig wir haben nichts mehr da in der Richtung oder doch wir haben da Entschuldigung wir haben da warte ähm komm mal her ja leg doch mal den Clay in der Werkstatt Moment her in einem V ja oder so dann kriegst du Eimer die sind momentan natürlich nachdem ich im Service leben sind nicht so besonders toll ne ja dann packst du einfach in den linken Ofen rein dann kannst du Eimer draus machen und mit dem kannst du ziemlich viel transportieren wichtig dabei natürlich Lava und Wasser ja ja was du so findest ist wunderbar ich nehme jeden Tag nach Hause da kommt der erste und ja du baumtier noch eine Reihe brauchen wir dann geht der Trivolo einfach mal im Keller ins Keller gewölbe runter und guck mal ob er da ein bisschen schlafen kann gut nach Evolu müde muss schlafen vielen Dank so das haben wir für die Blue aber noch nicht viel warum noch ein bisschen Holz 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 Hicka wie siehst du aus mit neuen Werkzeugen wahrscheinlich noch gar nicht ne ich warte noch auf die Lava also ok ich komme wieder einer der nicht zuhört ja äh was hast du gesagt zuhören ich bin hier 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 oh ja ne haben wir talkin'n Duty genug facht schütz einfach in den Tank rein oder so gibts mir auch gut x7 Jetzt gibt es heiße Füße, damit glüht schon mal das Aluminium-Bress durch, das ist schon mal sehr gut. Ah, das Redwood geht natürlich nicht, war klar. Juri Lederschuhe. Alter Eis, wenn das fisch erschrocken. Das Redwood ist tatsächlich irgendwie anders registriert. Komisch. Hallo. Oh, wir waren Creeper. Die hat mir aber beim Abbauen doch gar sehr geholfen, somit habe ich jetzt das erste Zertus-Quarz in der Tasche. Oh, cool. Ich hab ein Geschenk für dich, komm mal mit. Komm, ich zahle keine. Nein! Ja, ich bin nicht mehr alleine. Ach ja. Ach das ist ja geil, der Hungerbalken bleibt ja. Wie war das letztes Mal, wer hat Wert angeführt? Ja, danke. Rubine, die ich erstmal liegen lassen muss. Ja, leider. Aber ich habe hier so einen grünen Fuck-Kram. Ja, irgendwas grünes habe ich abgebaut. Ähm, haben wir noch Flint. Was brauchst du denn? Brauche ich mal Flint, aber das kann ich mir auch selbst machen. Petroleum in Steinform. Brauchen wir das? Noch nicht, aber du kannst es gerne mitnehmen, wenn es abzubauen ist. Oh ja, muss es abzubauen. Nö. Da kommt hier kein Schaden. Doch. Peri, du! Du kannst noch ein bisschen drin stehen bleiben. Ich glaube, dann kommt Blut raus. Ja. Habe ich mal gemästet. Ja, da ist schon Blut drin. Ist das ja eigentlich? Das war keine Absicht. Okay. Ja, ja. So, jetzt bin ich mal auf der Suche noch mal einen Grabstein. Nein. Das ist das, was auf der Karte angezeigt wird normalerweise. Ah. Äh? Eine Empfehlung. Mach doch erst mal einen Barren. Das kommt gleich. Aber nicht aus Aluminium Brass. Also Grabstein war hier keiner. Wenn doch was übrig bleibt, gar nicht. So. Schaufelt. Alala. 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 Ach du Schöner Endermen. Geh nochmal weg. Ja. Wenn ich das irgendwas doppelt mache. So. Hier sind wir noch drin. Ähm. Hast du mega was Leder? Ein Barren im Ofen schmelzen. Wenn du Lust hast. Aber irgendwie überlege ich glaube ich noch irgendwas wollte ich noch machen. Das sind jetzt eins. Eins. Zwei. Fünf. Sechs. Ach ja. Wo bin ich den hier raus gekommen? Oh da fällt noch was. Ist ja schön. Ich nehm alles mit was ich abbauen kann. Petroleum. Genau. Und irgendwie grünen Kram. Also nach Aluminium Ordren. Ne, jetzt ist Blut drinne. Hörligon ey. Ah kor Geoff. Bitte nur einen machen. Wenn möglich. Also einen barren. Kannst du alles Form gleich machen. So. immerher mit dem alten Petraoleum. Soll ich da ein Aluminium noch reintacken oder? Ne, das müsste passen was drin ist eigentlich. Oh mein Gott. Was ist das? Uranium. Ah ja, wir gehen am Essen hier. Das ist ja echt Wahnsinn. Oh ja, da geht einiges drauf. Holmleder-Staustadt-Handel. Ja, wow. Warte, warte, bleib mal so stehen, bleib mal so stehen. Und jetzt klappt's auf den Arsch schon. Ne, ich geb dir gleich mein Klaps hier. Kind. Du hast mir grad so den entgegengesteckt und ich hab die Lederklamotten an, also. Boah. Äh. Alcid. Ja, Lack und Leder. Hat mir für Leder gereicht. Lackschuh-Leder. Boah. Kannst du den Baden reinlegen? Crazy? Hattest du den Baden schon gemacht? Ne, ne, noch nicht. Okay. Boah, ey, ey. Das darf doch nicht Barstein, oder? Ich, ich wollte mich ja eigentlich hier grad um Kisten uns zu kümmern. Das darf doch nicht Barstein, aber Licher. Dann lass mich das mal machen. Dann mach ich den mal. Aber sie! Warte, ich hör her. Baren. Oh, warte mal eben. Wie macht man aus Redwood Bar? Warte, was sind das schon? Wie macht man daraus irgendwie Holz? Gut. Jetzt noch. Oh shit. Ähm, äh. Also, Bauxit kann man auch abbauen. Okay. Kräftentäckling. Ach, warte mal. Ähm, kurze? Ja. Ich hab mal ne kurze Frage. Die, äh... Wie ist ein Barren? Ähm, die Flint-Pack, Pickaxe, die Schaufel und die Axt, die kann ich ja zusammensetzen, ne? Gut, dass die Axt auch so gut ist, ne? Pickaxe nicht. Oder was meinst du? Ja, ne, die drei, die drei, ähm, Werkzeuge. Also die Axt, die Schaufel und die Pickaxe. Die, die Spitzhacke, die kann ich ja zusammensetzen. Ne, du kannst nur die Axt und die Schaufel zusammensetzen. Ah, okay. So eine Mantok. So eine Mantok, okay. Und der Rest kommt gleich. Ich bin grad schon beim Schmelzen vom Kupfer. Das geht aber wahrscheinlich nur mit, äh... Werkzeug, die das noch ganz ist, ne? Ach so, so meinst du das? Ne, du musst das hier hinten an dem Tisch. Komm mal da hier. Oh je. Ich geh an die, wenn ich rein. An dem Tisch? An der, wo ich draufstehe. An der Toolstation. Okay. Ja. Da in der obersten Reihe das, äh, ganz rechte. Ah, okay. Das Ding. Da musst du dir so einen Kopf basteln, ne Schaufel und so ein Ding. Ja, ne, ne, ich dachte... Ich dachte, mit dem Feedbackzeug kann man noch was bauen. Oh! Evo? Ja, vor der letzten Treppe. Verdammt. Aber ich seh dich da unten schon. Oh, da willst du dir errahmen. Da unten ist er auch. Was? Darf ich auch bauen? Du, ich spawn doch hier. Ach, guck mal hier ein Grabstein. Ach, schon, nein. Bitte. Ist ja schick. Boah, haben wir ein Blümchen? Hä? Ich bin ein Blümchenpflanzen. Alter. Wo kommt denn der her? Kann der Grabstein das mit der Spawn? Ähm. Der muss doch gut sein. Der muss doch gut sein. Das waren die Items. Nee, was? Nee, dein Grabstein ist ja oben. Ja, toll. Das waren die Items. Das waren die Items. Ne, das waren die Items. Jetzt alles gesichert. ETF? Bin gerade zurück. Hä? Boden Tool Stick. Du standst die ganze Zeit am Stand. Aha. 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 Ah, ja. Okay. Warum hab ich denn den Voxid? Ey. Ah, ja. Wo sind jetzt die Items hin? Hast du, ist jetzt Schrott oder was? Weil du den abgebaut hast. Nee, hier oben. Wir sind hier in der Kiste. Okay. Denk ich jetzt nicht, was das Rubberbending jetzt sollte. Aber okay. Oh komm. Oh. Schmelzen. Ach ja. Also ich nehme an sieben Spitzhacken? Ähm. Ja. Denk ich mal. Nur zur Info. Ich hab gerade eben noch das letzte Bett gemacht. Also wir können jetzt mal versuchen mit allen wirklich mal zu schlafen. Also wenigstens mit allen funktioniert. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt schon alle hier sind. Äh, 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 ich muss außen liegen. Nee, ich will außen liegen. Keiner pupst denn mein Bett. Danke, zu spät. Da liegen alle. Also sechs haben wir. Ja, und der Baker wird wieder nicht angezeigt. Ja. Aber geht 13. Ah. Der Baker wird nicht angezeigt wegen Admin. Jo, das kann doch auch sein. Das kann natürlich sein, ja. Das kann natürlich sein, ne? Wobei Butze und Triegel auch Admin sind, aber hm. Ja, das weißt du doch. Kennst du noch von der Olympia? Äh, äh, von der Fußbewegung. Ist egal. Ist egal. Och, guck mal hier, ich hab schon einen Creeperhead. Super. Das Plugin sagt einfach, ne, der ist nicht da, der existiert nicht. Mit den Köpfen kann man ja die Waffen ja auch upgraden, richtig? Genau. Aber der Upgrade geht nur bei dem entsprechenden Level des Werkzeugs. Ja, ich glaub, für den ersten braucht man einen Skedettkopf. Hm, ich glaub, Zombie war's, aber egal. Oder Zombie? Ja. Ich glaub, Zombie. Da sind wieder 28 Brot. Oh, super. Wo kriegst du das ganze Brot hier? Baust du weiße Brot? Irgendwer hatte da, äh... Ähm, ich hab eineinhalb Stacks oder zwei Stacks Cotton mitgebracht. Äh, wie viel Brot waren da drin? 28? Waren mal. Jetzt sind's nur vier. Ich hab mir gleich 14 euer Nagel gerissen, weil ich rum, weil ich geh gleich wieder meinern. Du, du darfst es, du darfst es, ja. Ähm, ähm, ja, Holz hab ich glaub ich genug gesammelt, ne? So, ich bastel hier grad mein Werkzeug jetzt alle. Ach komm, ich geh jetzt auch mal runter, meinern. Wartet mal mit meinern, bitte noch zwei Minuten. Ich will auch meinern, ich will auch meinern gehen. Ne, du nicht. Du nicht, es dürfen nur kleine Leute. Äh. Gut, geh nicht da rein. Ja, wo sind die jetzt alle hin? Ach, du hast den Ahn. Du hast den Ahn, okay. Ja, ja. Okay. So, dann schmeiß ich nämlich das erstmal. Wollen wir das Feld vergrößern? Weg. Weg. Können wir machen? Warte, ich hol mal Wasser. Diese Schaufeln hab ich denn jetzt? Ja. Was haben sie denn jetzt unten alles hingeschmissen? Das kannst du wegschmeißen. Alter. Ihr wollt ja nur wissen, was das ist, nicht ob ich das wegschmeißen kann. Das war die Gussform, mit der ich jetzt das Werkzeug mache. Okay. So, fünf. So, ich mach jetzt hier erstmal zu, damit da keiner runterfällt. Ja, klar. Sechs, ja. Kannst du schon ne Hoe machen? Ja, ich bin runtergefallen. Oha. Du kannst hier einen Matok bauen mit Flint. Ein Cluster. Ein Cluster. Ja, ich wollte jetzt erstmal noch das Flint äh... Aber... Du kannst das Flint ja nachher updaten. Na, toll. Also du kannst ja ruhig jetzt schon das Dingens dafür bauen. Wer haut mich denn hier? Ja, du. Weiß ich nicht. Du dich selbst? Keine Ahnung. Zwei. Unser Bäcker ein bisschen hier im Auge behalten. Ich stehe hier schon mit dem Stock. Warte. Oh ja. Oh ja. Drei mit dem Stock. Super. Angel ist es. Wo bleibst du mit dem Stock? Kann grad nicht. Ich muss Feld anlegen.